Hallo, ich bin Selin und ich stehe heute für euch im Tierheim Mainz. Ich werde euch jetzt ein paar Tiere zeigen, die jetzt seit kurzem im Tierheim sitzen und dringend, dringend eure Hilfe brauchen. Die Steilkaninchen des Tina, Dex, Daryl und Denzer sind seit vier Wochen hier und deshalb auch noch sehr zurückhaltend, aber auch sehr neugierig. Die sind jeweils zwei Jahre alt. Falls ihr Interesse an den Kaninchen habt, kommt doch mal vorbei. Falls sie beabsichtigen, sich in nächster Zeit eine Schildkröte anzuschaffen, schauen sie doch erstmal im Tierheim Mainz vorbei. Hier sind bereits neun Schildkröten, die auf ein Zuhause warten. Fünf von ihnen wurden sogar von einer Haustür ausgesetzt. Das hier sind Massimo und Melody. Die beiden sind jeweils acht Monate alt und suchen hier ein neues Zuhause. Sie sind beide sehr verschmust und sehr verspielt, weil sie noch so jung sind. Das war's schon wieder mit Pfötchen sucht Händchen. Natürlich warten außer den Tieren, die wir Ihnen gezeigt haben, noch viele, viele andere auf Ihren Besuch. Ich hoffe, Sie schalten das nächste Mal wieder ein und sage auf Wiedersehen. Ich freue mich auf den Tieren. Vielen Dank.